Fettig, was bist du so unmotiviert? Zehn Minuten fahren wir los. Oh, ich weiß gar nicht, aber ganz ehrlich, ich trinke heute auch nichts. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich wirklich mitkomme. Was hast du gesagt? Nee, wirklich, also ich achte jetzt auch auf meinen Körper. Ich habe damit angefangen und ich werde heute nichts trinken. Good morning, Glenn! Tell us something your mom doesn't know. Yeah. Oh.